Guten Abend zum Beispiel Was soll denn an dem Abend gut sein? Unsere Wohnung ist gekündigt Unsere Wohnung? Die heute da war, hat davon nichts gesagt, die war total nett Klar, total nett Cora, du bist manchmal einfach so naiv Hier Müssen wir ihnen mitteilen, dass die Renovierungsarbeiten Die Wohnsituation im Haus erheblich beeinträchtigen Deswegen empfehlen wir ihnen, sich rechtzeitig nach einem geeigneten Wohnersatz umzusehen Das hier ist nicht nett Jetzt komm schon, die kriegen uns hier eh nicht raus Ja klar, weil dein Butler schon dafür sorgen wird Dein Butler? Ja, der rückt denn deine Scheiße immer weg Ich möchte dich mal sehen, wenn die hier anfangen zu renovieren Und dir der Presslufra mal im Gesicht steht Du musst das haben den ganzen Tag Ich bin nicht da Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll Du sollst doch nichts sagen Du sollst ein bisschen mitmachen hier Ja, schau dir doch mal die Küche an Siehst du das denn nicht mehr? Ich spreche das jetzt schon von meiner Mutter Überleg dir mal jetzt ganz genau, was du sagst Hallo Butler Dankeschön 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 Untertitelung des ZDF, 2020